Hallo liebe Liebhaber der Fölix-Flotte, liebe Nah- und Fernreisende, liebe Schiffsgäste. Wir, das sind Gina Althoff und Armin Fischer. Hallo. Also wir, das sind Gina Althoff. Hallo. Ja, und Armin Fischer. Hallo. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute und deswegen ein kleiner Gruß von zu Hause, weil wir uns ja zurzeit nicht so wie sonst begrüßen können als Abendkünstler an Bord, die wir da auch manchmal genannt werden im Abendprogramm als Hand und Fuß. Und darum schicken wir von hier aus, hoffentlich auch mit Hand und Fuß, einen kleinen Gruß von zu Hause in der Hoffnung, in der Gewissheit und in der Zuversicht auf eine bald wieder unbeschwerte Reisezeit. Bis dahin. Liebe Fölix-Gäste, so sieht manchmal das Heimoffice Ihrer Künstler aus. Wobei selbst ein Training in der Hängematte keinen Auftritt bei Seegang ersetzen kann. Im Tor legen Sie das Gewackel, aber diesmal mit Musik. Musik Das war ein lieber Gruß von hier. Wir hoffen, Sie sind gesund. Sie bleiben gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Und was sagt mein Schatz dazu? Dass dann die DVDs nicht mehr in den Kirschbaum hängen für die Tauben, sondern dann kann ich sie Ihnen auch wieder verkaufen. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020